Wie die Fans abgehen ist auf jeden Fall auch hier gut zu sehen. Neben mir sind auch so kleine Kiddies total begeistert, rasten aus, halten Plakate hoch und so. Und jeder geht mit, wenn der Kampf vorbei ist, rennen die Leute nach vorne, wollen Shake Hands haben. Also man sieht die Begeisterung in Deutschland. Es ist definitiv hier da und ist eine geile Sache. Auf jeden Fall wäre cool, wenn jetzt öfter hier die WWE vorbeischaut. Ich bin auf jeden Fall immer anzutreffen und werde auch gleich noch mal ein bisschen rumgrölen hier vorne und anfeuern auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall.